Gemeinsam mit unserem Partner Q3 bieten wir hier Berufsrouten an. Das ist ein innovatives Angebot der Berufsorientierung, wo wir aus Perspektive jugendlicher Berufsbilder, Ausbildungen beleuchten und diese auf einem Format darbieten, das man so wahrscheinlich noch nicht kennt, wo man mit Tablets Jugendlichen mobilisiert, in andere Stadtteile zu gehen und die gewohnte Umgebung zu verlassen. Und so aus Perspektive von jugendlichen Berufsbildern kennenlernen kann. Die Berufsrouten Leipzig sind ein Projekt zur Berufsorientierung hier in Leipzig. Das Besondere ist, dass wir weggehend von allen Projektansätzen, die es in dem Bereich in letzter Zeit erfolgreich auch gab. Und wir versucht haben, einen neuen Ansatz zu verfolgen und das heißt, wir sagen, ortsbasiertes Lernen vor Ort mit Tablets wollen wir den Jugendlichen eine Berufsorientierung bieten. Das Schöne an dem Produkt Berufsrouten ist, dass man eben nicht jemanden braucht, der einem da was vermittelt oder ermöglicht. Geht auch kein Einsteigen, wir haben die Stadt, die Ausbildungsberufe in Kooperation mit den vielen Partnern, den B7 mit QR-Counts zugepflastert. Das heißt, ich komme da vorbei, ich zücke mein Smartphone, ich kann direkt in das Spiel einsteigen. Ich brauche da niemanden, der mir das ermöglicht. Das ist einfach da und spielbar. Medienpädagogik und Berufsorientierung passen sehr gut zusammen, weil die Jugendlichen sich ja über die medienpädagogischen Projekte, indem sie die Filme über einen Beruf zum Beispiel selber erstellen, mit einem Berufsfeld sehr stark auseinandersetzen. Und so ein Berufsfeld sehr, sehr intensiv erleben und nochmal ganz, ganz anders erleben, als sie das jetzt zum Beispiel in Form von einem Ein-Tagespraktikum erleben würden und könnten. Also in den Medienwerkstätten geht es darum, dass die Jugendlichen am ersten Tag eine Einführung bekommen. Die Klassen werden eingeteilt in vier Gruppen. Jede Gruppe schaut sich einen Ausbildungsberuf genauer an. Am Ende des Tages kann dann entschieden werden, wer in diesem Team welche Rolle erfüllt. Also es wird einer aus diesem Team sich eher für die Kamera interessieren, einer eher für den Audio-Bereich, Foto- und den redaktionellen Bereich. Am zweiten Tag sind die einzelnen Gruppen dann im Betrieb und produzieren praktisch den Ausbildungsberuf. Das heißt, es wird der Ausbildungsleiter interviewt im Idealfall und ein Auszubildender. Und es werden Fotos vom Betrieb gemacht, Audioaufnahmen, genau. Und am dritten Tag, das ist praktisch dann der Postproduktionstag, werden die ganzen Ergebnisse zusammengeschnitten, ausgewählt, zusammen mit den Jugendlichen, was sind da die besten Aufnahmen gewesen. Und es entstehen praktisch zwei Filme. Jo, hi, ich bin der Anthony. Also das Projekt lief leider nur drei Tage oder läuft leider nur drei Tage. Es war echt cool. Wir haben sehr viel gelernt, allgemein über Technik und wie man Videos macht, Fotos gut macht und wie man verschiedene Techniken anwenden kann. Der zweite Tag war der beste. Wir hatten unser Treff in der Sternbock-Brauerei und haben dort einiges über das Brauen gelernt, was doch komplexer ist, als ich gedacht habe. Und konnten unser Wissen sehr gut anwenden. Ja, und heute haben wir das alles schön zusammengeschnitten und es sind echt tolle Ergebnisse rausgekommen. Und ich bin froh darüber, dass wir das gemacht haben und daran teilnehmen durften. Ja, danke. Die Schulen nehmen sehr gerne an dem Projekt teil. Das hat zum einen damit zu tun, dass wir sehr viel mit modernen Medien arbeiten. Das interessiert die Schüler sehr und erzeugt da schon mal eine größere Motivation. Darüber hinaus ist auch vielen Schulen die Berufsorientierung sehr wichtig. Dass die Schüler mal einen Einblick bekommen, wie sieht es wirklich in so einem Unternehmen aus. Umso realistischer die Vorstellung der Schüler ist, wie eine Ausbildung aussieht, umso besser können die auch eine Wahl treffen für oder gegen eine Ausbildung. Was wiederum dann auch frühzeitige Ausbildungsabbrüche verhindert. Ich finde, im Verlauf des Projekts ist nochmal deutlich geworden, wohin es in der Medienpädagogik gehen kann. Das ist Medienpädagogik mobil, dass viele Jugendliche eben eh schon die Geräte haben, aber oft nicht wissen, was sie eigentlich alles damit machen können. Also ich glaube, darum geht es auch nochmal zu sagen, okay, du hast jetzt dieses Smartphone, dieses iPad, aber du hast ganz viele Funktionen einfach auch noch nicht ausprobiert. Und das in dieser Hinsicht auch noch gar nicht genutzt und den Jugendlichen da einfach auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu ermöglichen. Die Unternehmen zu gewinnen war eigentlich häufig sehr leicht, denn viele Unternehmen merken, dass sie was tun müssen. Dass sie immer weniger Bewerbungen bekommen, vielleicht auch immer weniger gute Bewerbungen. Und viele Schüler auch nicht so richtig wissen, wenn die in einem Vorstellungsgespräch sitzen, worum geht es denn hier eigentlich. Das heißt, die sind auch daran interessiert, zu zeigen, wie ist der Alltag bei ihnen so im Betrieb. Und dazu leisten dann Unternehmen auch gerne einen Beitrag. So ergibt sich für die Unternehmen da auch die Möglichkeit, nochmal anders auf sich aufmerksam zu machen. Anders an zukünftige Auszubildende zu kommen. Wenn jetzt die Jugendlichen bei den Berufsrouten zum Beispiel mitgemacht haben, sich schon mal zu dem Betrieb im Rahmen des Spiels getraut haben und wissen, dass der Betrieb ausbildet und es ganz spannend finden, wie der Betrieb so ausschaut, feststellen, da kommt man ganz einfach hin. Und so ist es für die Unternehmen auch nochmal die Möglichkeit, an interessierte Jugendliche für einen Ausbildungsplatz zu kommen. Das Überraschendste an dem Konzept Berufsrouten Leipzig ist, wie leicht sich die Jugendlichen mit der Technik tun. Dass es überhaupt kein Problem mehr ist für die Jugendlichen mit dem Smartphone, mit dem Tablet, sich in der Stadt zu orientieren. Was hinter berufsrouten-leipzig.de steckt, ist eine Web-App, also eine Karte, auf der man landet. Die Karte zeigt einem die eigene Position an, das heißt, das nutze ich hauptsächlich mit Smartphone oder Tablet, wobei das Ganze schon für ein Tablet, also für ein bisschen größeren Screen optimiert ist. Und über diese Karte kann ich dann zu meiner ersten Station navigieren. Wenn ich an diese Station komme, dann löst diese aus. Das heißt, ich werde mit einer Frage zu dieser Station konfrontiert. Und da muss ich eben richtig beantworten. Und so führt mich quasi diese Karte durch das Spiel. Und ich muss mich halt im realen Raum bewegen, weil sonst werden diese Fragen nicht erscheinen. Also nur wenn ich aktiv bin und unterwegs bin, kann ich zum Ziel gelangen. Das Spielkonzept von Berufsrouten Leipzig funktioniert so, dass gemeinsam als Gruppe gestartet wird. Es gibt im Prinzip zwei Faktoren. Das eine ist, man muss in einer bestimmten Zeit die Aufgaben erledigen. Das heißt, man muss je nach Route sechs oder acht oder weniger Stationen, Stationen sind in dem Fall ausbildungsspezifisch, abarbeiten. Man muss sich jeweils mit dem Ausbildungsberuf auseinandersetzen, muss dazu Fragen richtig beantworten. Wenn man das nicht tut, muss man, wir nennen es Bonusrunden, laufen. Wer dann die meisten Punkte sich erspielt haben, die sich eben aus Zeit und aus den richtigen Fragen ergeben, der tritt ein an einen Highscore, den wir Leipzig weit etabliert haben und gewinnt natürlich die Runde. Vielen Dank.